Gut, machen wir mal hier weiter. Wir haben noch unsere Sachen, 81.775 Credits, zwei Knoten und machen wir dann wie gesagt hier weiter. Wir sind jetzt gerade noch dabei die Weezer zu beseitigen, damit wir den Leviathan schwächen und dafür müssen wir natürlich erstmal hier diese ganzen Bereiche clearen. So, müssen wir mal aufpassen. Genau, das haben wir mal weg. Und jetzt müssen wir ganz kurz gucken, von da kamen wir. Da müssen wir hoch, das heißt ich muss jetzt mal hier durch, oder? Ja, ich muss da durch. So. Bin ich nicht ganz klar, wo wir hier noch welche haben. Da ist noch einer auf jeden Fall. Wo ist der andere? Irgendwas. Nein. Das war jetzt allzu knapp. Wo ist denn dieses Ding? Oh, ich war da jetzt hoch. So, du bitte jetzt auch mal Ruhe geben. Ich habe unten echt nicht ausmachen können. Wo ich beschossen wurde und dann bin ich in so einen Strom reingeraten und das hätte mich jetzt fast gegrillt. Also ich habe mich jetzt schon sterben sehen. Noch ein bisschen mehr und ich wäre weg gewesen. Warte mal ganz kurz. Nein. Ich gehe mal ganz kurz nochmal schauen, was noch drin ist. Ja. Schön nach oben fliegen. Nicht da irgendwie in die Stacheln rein. Gegen so einem Blödsinn, wie gesagt, möchte ich nicht drauf gehen. Flitterationsrohr. Ach, das kam ja auch noch. Das ist, oh, das ist, ja, das ist blöd. Einfach schon deswegen. In dem Feuer. Wenn ich da reingerate und ich irgendwie nicht weiterkomme, dann ist, äh, nicht cool. So, was wir jetzt mal machen werden, ist, mit dem kleinen Medikit, kurz ein bisschen aufstocken. So, dann ist er auch offen. Vielleicht kann ich jetzt so besser schießen. Besser durch die Lücken durchkomme. Treffe ich von hier aus nicht, oder? Naja. Oder? Irgendwie ran. Wird gerne irgendwie von hier aus das Zerschießen. Habe ich nicht. Habe ich nicht ran. Mist. Und ich versuche jetzt durchzurennen und gut ist. Der Raum dazwischen, kann ich da eigentlich stehen, oder ist das blöd? Leider passiert doch nichts in dem Raum, oder? Da drüben ist jetzt nochmal Feuer und das war's. In der Mitte scheint gar nichts zu passieren. Okay. Jetzt tue ich da. Oh oh. Nein, geh weg, geh weg. Mann, hau ab. Du sollst abhauen. Du sollst abhauen. Kann natürlich nicht abhauen, mich die ganze Zeit versehentlich auf. Auf R rum hämmere, dann kann natürlich nicht viel passieren. Oh, das war jetzt. Ich denke, da passiert gar nichts und ich hämmer hier volle Kanne auf R rum. Und er ist natürlich nicht aus dem Würgegriff rauskommen, sondern er ist einfach nur Nachladen, wo ich kein Nachladen brauche. So, das war jetzt unnötiger Panik-Modus. Okay. Die sind aber auch echt anhänglich, die Jungs. Lageranbau. Okay. Ich geh jetzt erstmal hier rein. Ich habe immer das Gefühl, ich ziehe mir da irgendwie ein bisschen Energie durch ab. Oder irre ich mich da jetzt? Wie viele Weezer fehlen mir jetzt eigentlich noch? Wie viele Weezer fehlen mir jetzt eigentlich noch? Mann, jetzt schießt doch mal die Stase auf den. Das ist so unnötig... So unnötig blöde Situationen, die hier gerade entstehen. Weil ich mir die Finger hier mit den Tasten verknote. Ja. Gut. Weil er hatte keine Stase mehr. Und wenn ich natürlich zielen und Stase drücke, will er Stase halt schießen. Was er aber nicht mehr hat. Ich muss erstmal schießen loslassen und auf den Stase-Knopf drücken, damit er dann das Pack überhaupt nehmen kann. Und das... Ich bin gerade total durch meine Hände gekommen. Der letzte? Ich glaube, oder? Ich glaube, hier war jetzt nichts mehr, oder? Ich glaube, hier war jetzt hier nochmal rein. Stase nachfüllen. Und... Oh, vier Power-Knoten. Mit vier Power-Knoten kann ich sicherlich noch ein bisschen was am... Plasma-Cutter schrauben, oder? Ja. Einmal das, das, das. Fügt jedem Schuss mit der Zeit Brandschaden hinzu. Super. Passt. Nehme ich. So, Anzug. Und das ist gut. Trefferpunkte ausbauen. Das ist genau das, was ich brauche. So. Schon habe ich viel mehr Zellen auf dem Rücken. Das heißt, ich halte um einiges mehr aus. Gut. Dann dürften wir uns jetzt mal dem... Leviathan stellen. So weit. Ist doch richtig hier, oder? Ja, ist richtig. Ja, sie versuchen es halt immer noch, ne? Schaffen es zwar nicht, aber... Noch mehr, oder? Muss schon herkommen. Herkommen. Wo ist da jetzt noch einer? Ist er runtergefallen? Ja, spätestens wird er mich wahrscheinlich gleich an Empfang nehmen, oder? Oder auch nicht. Ist ja wurscht. Ich renne hier raus und er kann machen, was er will. Mhm. So, haben wir noch genug Munition? Na, nicht ganz. Ich werde mal noch was nachkaufen. Schön warten. Ist hier nicht irgendwie... Okay, okay, okay. Ganz rückbleiben, ganz rückbleiben. So. Was ist dunkel? Aber, ähm... Haben wir es? Spüren können, dass hier wieder irgendwelche... Ach Gott, ich sehe überall Feinde, wo keine sind. Und da, wo keine sein sollten, springen sie mir ins Gesicht. So, shop das. Und wir gehen wieder auf 30 Schuss. Wie gesagt, ich möchte gern... ...viel... ...Credits haben. Das sollte reichen. Okay. Sollte reichen, aber es kann nicht schaden, wenn wir einfach nochmal kurz ein bisschen nachstocken. So ein Müh. Können wir mal so auf 80.000 runterfallen. Und dann ist ja alles im grünen Bereich. So. Dann ab zum Leviathan. Der Boss ist ein Klacks. Haut der mich um? Dann muss ich mir andere Fragen stellen. Schleudern die Leviathan in den Weltenraum. Aber sicher doch. Will er nicht, oder? Contamination detected in Food Storage. Cycling Airlock. Dammit! Der Airlock ist ört, aber der Leviathan ist zu stark. Es klingelt zu dem Innenraum von Food Storage. Wir brauchen mehr Enzyme. Es gibt keine Zeit. Ich gehe in. Vielleicht kann ich es loswerden. Der Leviathan hat eine 10 Kilotonn-Mass. Hast du wirklich, mich zu sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Ich habe viele gute Ideen. Also, guck mal was ist. Äh, ja, ja, ja. Was sollten wir mitnehmen? Das Gute ist nämlich, dass hier eigentlich relativ viel rumschwirrt. Das heißt, wir können hier einige Sachen einsammeln. Und da wir jetzt die Reichweite eingestellt haben, können wir auch sehr viele Sachen aus der Ferne holen. So. Also, P. geht leider nicht mehr. Plasma in der G. geht noch. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Na komm, ich komme da ran. Ich weiß es. Also, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, weil im Endeffekt ist das hier sinnlos. Jetzt wird das hier harm. Das kann ich eigentlich nehmen und wegschleudern und mich mit dem hier mal eindecken. Mir geht es auch einfach echt darum, dass wir hier genug weg. Okay, das ist jetzt zu weit weg. Na, dann wollen wir mal. Ja, Trinne, wie hat er? Passt. Wollen wir mal. Der wäre schon mal weg. Der auch. Komm, 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 komm. So, jetzt werden wir ganz kurz mal zurückgeworfen. Einfach nur raufhalten. So schwer es nicht sein. Na, komm. Ja, jetzt rät nicht so viel. Na, komm. Wir müssen ihn einfach nur wegkriegen, bevor. So, schafft. Und zumachen. Zumachen. Danke. Auch das wäre jetzt erledigt. Das heißt, wir können Nuro weitermachen. Wir müssen uns nicht mehr wegkriegen. Ich muss sicher sein, dass das Wasser sicher ist, um zu breathieren. Aber wenn du den S.O.S. bekommst du den S.O.S. Bekommst du? Ich werde. Der Mining Deck. Okay, verstehe. Und wenn ich mit Jacob? Sag ihm. Ich finde ihn. Er ist alles, was ich will sehen. Das ist ein S.O.S. Bekommst du? Ein S.O.S. Bekommst du? Ein S.O.S. Bekommst du? Ein S.O.S. Bekommst du? Gott, verdammt. Wir können eigentlich davon aus dieser Gefahr kommen. Äh, was war das? Mir liegt einiges noch rum. Das ist gut. So. Mining Deck. Das ist spannend. Nicht unbedingt mein Lieblings Deck, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin ja schon da. Das ist natürlich immer praktisch, wenn du einfach schon direkt vor Ort bist. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Nein, die Unintologist. Sie sind alle hier auf der Crew Deck. Sie haben es verloren. Einer von ihnen hat ihren Freund in den Händen. Er stand da einfach. Er schreit. Sie gehen irgendwo. Hammond! Ich habe das Signal verloren. Wir müssen den Beacon finden, Isaac. Fast! Einfach mal, dass wir gespeichert haben. Unmöglich. So. So.